Test Gleich Immer noch Ja, was verändert sich? Ich weiß nicht, wo ich das machen soll Penis Guck einfach nach einem Experimental Server Ja ja, aber bist du auf einem Ja ja, klar Hardcore Nee, nee, nee Ich bin in Novo Mitrosk Novo Ich bin glaube ich in Svetlo Ist das eine neue Laufanimation? Der läuft so schwul Wie ein Affe Ne, wie ein Affe Ja, voll homo Ja 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 Steht dir gut Ja ja Sagtest du doch, oder? Ja 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 Dann Treffen wir uns Don't shoot, please don't shoot I have nothing Wow, ist das eine neue Pump-Action? Nice Nice, Bro Oh, ich glaube ich hör dich Du bist auch hier in Svetlo Ja, ich bin oben Looks really nice Warte, sag mal, sag mal, dass ein Kumpel von dir da ist Ja, do you want it? Haha, in the face? No! No, it's on the ground Nope Where? Hm, follow me Oh Here it is Upstairs Okay Nice Nice There's some more ammo if you want Hohoho Cool Yeah, it's cool Nice 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 It's a little bit buggy Oh, that's a new Wait It's a new repeater Nice Yeah Looks great Wo steht ihr denn? I don't hear a shot Wo seid ihr denn? Hm Nope Es tut so gut, mal wieder einen netten Mitspieler zu treffen Ich fand's ehrlich Glaube ich dir Ich hab echt jetzt gedacht, der schießt auf mich, weil der so lange auf mich gezielt hat Hast du eine Waffe draußen? Wo draußen? Ja, ausgepackt Ja, ich bin das hier Ich bin das Bist du das? Da unten An der Straßenanfang Hi Nee Don't shoot, don't shoot Nice man, nice man Okay Wow What a backpack Nice Hat er auch so'n Looks nice Hi everybody Ah, der hat dasselbe Er sprich halt mal Hey dude Hey dude Hey dude So geil Der Motto Der Motto Ich hab Oh my god, die Pappen werden sieht mega fest aus Das ist ein neuer Pappen Nein, da Nein, da Gamerfeier Ey, f*** dich Can I kill you? No, please don't No, no, no Cookie Hier Warte mal, ich will mal schießen Klar kriegen man Sau fett Schau mal wie cool ich aussehe, alter Wow Wow Hat er uns geschossen? Weiß ich nicht Wollen wir ihn umlegen? Ja Legen wir ihn um Da unten läuft er Na, komm Ich weiß nicht ob er auf mich geschossen hat Ja der Roy läuft weg, was soll das? Der hat gar nicht die Der durfte noch gar nicht abhauen Wo seid denn ihr? Da unten ist er Er ist schlecht zu übersehen Bye Was ist ein Penner? Wo sind meine Feuerwehr-Axt? Die du mir versprochen hast? Du elendiger Schau mal, von vorne sehe ich aus wie ein Rocker und von hinten Du brauchst ja keine Feuerwehr-Axt Du brauchst ja keine Feuerwehr-Axt Kann wir mal in den Turm gehen? Hast du mir aber verbrunten? Was für ein Turm? Schau mal hier, ich hab noch ne Hose für dich, wenn du willst Ja In welchen Turm denn? Ich denke, das Rathaus ist große Was willst du denn da drin? Munition Ja, da gibt's Zeug Vielleicht gibt's wieder was Film bist du schon weiter vorgelaufen? Ja, okay Warte mal, vielleicht Oh, anderer Tür-Sound Geil Hab ich grad gehört, ey Warte mal, ich mach nochmal zu Was war das von dem Tor? Meine Hose ist weg Jetzt ist sie wieder da Meine Hose ist weg Wie Kinder Wie Kinder Der kriegt sich nicht mehr Ja, der stimmt Das hat sich so geil angehört Göttlich Wer kommt da hoch? Ich Okay Wieso? Weil ich dich gehört hab auf 3 Millionen Kilometer Hello Halt doch mal die Fresse, du Wechsel Da war einer, schau, da oben ist einer Da war einer Ja, wir sind freundlich Ja, wir sind freundlich N*** WHAT?! Halt doch mal das Maul jetzt Ich zeige in Cern... Cerno Cerno? Cerno Es ist nicht Cerno, es ist Novo Mitrowski N***A Ich habe einen grünen Helm gefunden. Es wird immer besser. Elfer Helm. Sag, dass wir bewaffnet sind. Ähm, Shotguns. Ah ok, ah ok. Ah ok, ah ok. Sollen wir Waffen wegstecken? Einer von uns ja, du am besten. Ich habe eh wenig Schuss, ich habe eh wenig Schuss, dann geh du vor. Warum soll ich vorgehen? Ja, du hast eine Schrotzwind in der Hand, du Spass. Aber aufpassen. Hoffentlich kann ich auch schießen, weil die ist ganz schön buggy gerade, die Schrote. Der ist über uns. Oder links von unserem Raum. Germany, Germany. Tony. Krass. Hier ist ein schwarzer Helm. Wo? In der Räume. Will ich aber nicht. Ja, was fragst du dann, wo? Wo? Echt ein klumpen Kack. Klumpen Kack. Vorzeit. Ich höre euch da oben im Tor reden. Aber die Rücksäcke sind richtig geil. Ja, der blaue ist kacke, aber da ist noch ein Kollege hier mit. Ja, ich habe einen schwarzen, ich habe einen schwarzen. Was heißt... Was heißt... Was heißt... My feet are sore. Jetzt kannst du eine SKS nehmen. Ey, wer will... Wer will denn die Repeater hier haben? Äh, ich. Wer ist denn das hier in dem Raum? Hast du... Das ist dieser Typ, der mit uns bubbelt, du wachkopf. Warte mal, ich nehme... Ich will die Repeater haben. Du kannst die Shotgun haben, wenn du willst. Ja, mir egal. Die kann man gar nicht mehr nehmen, oder? Warte mal. Hast du Magnum Munition? Klar. Ja. Aber ich glaube, ich werde jetzt mein ganzes Zeug droppen. Und ich möchte nämlich morgen in das... Neustarten irgendwo. Also ihr könnt meinen Zeug. Oh. Willst du morgen Neustarten? Danke. Ja. Na, ich will nicht in den Novo starten. Heute. Ja, ist schon echt übel. Ja, okay, dann steh dann vom Dach am Dach. Yeah. 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 Reingehaut. Gib mal die Turnschuhe her. Was? Meine Schuhe sind kaputt. Ja, hab ich doch gesagt. Pass auf deine... Oh, Mosin Ammo. Meine. Da ist Magnum Munition. Wow, really nice. Rise. Da ist noch Magnum Munition in der Hose drin. Hast du gesehen, wie er am Fenster vorbeigeflogen ist? I believe I can fly. Hier. Du hast jetzt die Repeater. Dann nimm auch die Magnum Munition aus der Hose. Oh, und ein... Gert. Gert. Aus welcher Hose? Da liegt doch eine. Ist ja mal gut, ey. Es geht doch an einem anderen Ton. Die Säge... Die Säge... ... behalte man es. Oh Mann. Aber die Säge hast du nicht mitgenommen, oder? Boah, scheiß doch mal die Säge an, ey. Ich hab ne Säge dabei. Das ist zwar klar. Gut, 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 gut. Ja. Geil, geil, geil. 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 Ich hab ne Säge dabei. Ich flipp aus. Brauche ich Shotgun Shells. Hast du welche? Move, bitch. Get out of the way. Was hab ich? Klar hat er Shotgun Shells. Ich? Kannst du mir ein paar abdrücken? Du hast doch gar keine Shotgun. Ja, gleich. Wieso gleich? Er macht sich ne Abgesäge, ey. Hier ist auch noch was. Hier sind auch noch Shotgun Scherz. Schau. Ja. Ich zeig dir dann nachher, wenn ihr wieder unten seid, wo der schwarze Rucksack ist. Ich hab dacht, ein Hasen. Einen richtigen Hasen. Ich würd schon gerne jetzt mit der Repeater ein bisschen auf Entfernung ballern, ey. Wow, ich hab nen goldenen Schlagring gefunden. Nicht nur ein Silbermösen. Ja, scheiß. Nein. Meine Repeater ist weg. Warum? Weiß ich nicht. Die war erstens nicht in meinem Inventar und dann hab ich sie weggelegt und jetzt ist sie ganz weg. Hast du sie weggelegt? Ja, aber wohin? Ich geh nochmal. Oh, wer ist das? Hi. Ja, ja, ja. I have no weapon. Da kommt noch einer. Knall den Typen in den gelben Dingsbums weg. Komm mal raus. Watch out. Da ist einer mit einem Orange Ranchcoat. Knall den mal weg. Ja, ich seh ihn doch. Mann. Okay. Holy shit. What the fuck? Willst du den Repeater haben oder was? Ja, da muss ich nicht bis zum Haus laufen. Das ist nicht bis zum Haus laufen. Ja, ich seh ihn doch nicht. Ich seh ihn doch nicht. Nimm dir dann auch den Kram. Geht nicht. Du kannst nicht rüberziehen. Kannst nicht rüberziehen. Warte mal an die Fresse und verpiss dich. Verpiss dich, du Penner. Du n�ss. Direkt ausrast. Knall den ab, ich will den Repeater, dann muss ich ihn jetzt ins Rathaus laufen. Ich kann ihn nicht looten. Du siehst doch ganz woanders, Phil. Bei mir kann ich ihn hier anlooten, ich sehe ihn, aber ich kann nichts nehmen. Warte mal, warte, nein, nein, du kannst dann meine Schrotflinte wieder haben. Nee. Ich gehe jetzt ins Rathaus. Pass auf. Da lag die nämlich oben. Ich sehe ins cool aus, ey. Braune Jeans, schwarze, geile, coole Jacke. Rider Jacket. Ja, mega geil, ey. Eine Repeater, richtig oldschool. Das ist oldschool, richtig. Du hast ja jetzt die Repeater genommen. Ja, ich habe es ja gefunden, die lag unten im unteren Raum. Wo wollen wir jetzt hin? Weg von diesem FPS-Loch hier irgendwie. Ja, finde ich auch. Er fehlt's. Klar, Mann. Einfach die Straße landen. Da kann man nicht drüber springen. Da haben wir die neue Stadt. Oh, hier ist ein Vorschlaghammer, lol. Ja, da habe ich weggeschnissen. Aber der hat nicht so eine Reichweite. Slashhammer. Slashhammer. Da, 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 da. Oh, oh. Cooles Lied. Wenn du jetzt noch deine schwule Schweißermaske weggepostest, schaut nämlich die drei Kinder schau. Ich schaue so mega geil aus. Da sieht man halt mal wieder, wer Ahnung hat. Die schauen beide gleich aus. Auf jeden Fall meine Schrohschlinde in die Hand. Und runtergeladen ab. All righty then. Ja, die Wahrscheinlichkeit auf jemanden zu treffen, wenn ich beraffen ist, ist gleich null. Ja, aber ich muss sagen, ich habe gleich zum Anfang halt einen richtig coolen, netten Typen gehofft, ey. Da ist nochmal so ein Leder-Kid. So ein Leder. Leder-Swing-Kid. LEDDER! Ich ruße, ich ruße schieße. Dann laufen wir direkt da hoch. Wieso, das ist Black Mountain? Ja, vorne links. So, wer ist das denn? Wer ist das da vor uns? Ey, wo seid ihr denn? Hinter dir. Ja, ja, wir haben ihn gesehen. Er ist nach links gelaufen. Er ist nach links gelaufen. Schau du rechts, schau du rechts. Ich schaue links. Ich gehe rechts rum. Er hat auf jeden Fall auf irgendwas gezielt. Ich muss aufpassen. Rechts, 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 rechts. Er zielt auf mich, er zielt auf mich. Was hat denn der andere Typ? Der blutet. Er ist in das Haus rein, er ist in das Haus rein. Oh shit, 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 der hat mich, der hat mich, der hat mich. Bist du tot? Nein. Wie sieht denn der Typ aus? Ja, kommt doch einfach her. Hat er sch... Jetzt ist er tot. Ja, ich hab ihn, Alter. Alter, wie sieht der aus? Wie schaut denn der David aus? Oh, ihr lauft die ganze Zeit nebeneinander, ey. Ihr schaut gleich aus, ihr zwei. Ich hab's mal gesagt, du sagst mir nicht schnell, wenn ich mein Zimmer sauge. Ich hab's mal gesagt, du sagst mir nicht schnell, wenn ich mein Zimmer sauge. Sorge! Alter, du denkst mir viel. Doch, ist noch nicht ganz ekrib, ne? Ne, wir spielen gerade für so ein Experiment lang, gerade eben, das ist angefangen Ok. Nee. Wir gehen direkt zum Refuge hoch, wo wir mit der Tür nicht essen. Willst du damit bestimmt auch andere? Bitte? Willst du damit bestimmt auch andere? Doch. 5 zu young. Ich meine die auf der Hoche. Die auch schon da sind. Er meint uns du Spasti. Nein, er meint nicht uns. Er meint Gegner. Blaber nicht, blaber hinter uns. Stell uns doch mal vor, komm stell uns mal vor. Wo bist du? Ich meine schon euch. Meinst du die? Euch. Euch dran. Da muss sogar den Finger auf mich zeigen, dass der David und der mit der Waffe sind. Aber guck. Grüße. Glanz euch mal alleine. Viel Spaß. Ciao. War das dein... Dein jungen Sklave? Ja, klar. Darf ich wieder aus dem Keller raus? Meister? Nein! Die Tower ist da noch drin. Tower? Okay. Okay. Wie sieht der aus? Fully oder was? Siehst du nicht. Du siehst den Punkt und dass er immer wieder auf den Boden guckt. Von hier aus schießen ist glaube ich keine gute Idee. Ja, lass das. Der Helikopter ist da auch auf der Landebahn. Neben der Landebahn. Ey, hier ist einer, hier ist einer! Am Halbrunden, am Halbrunden, am Halbrunden, am Halbrunden, am Halbrunden! Ja, halt doch! Ey, mach's doch selbst, wenn du so rumbrüllst. Macht bitte was! Fertig. Oh, geil, Alter! Danke! Ich hab nicht mal den Schuss gehört. Ich hab ne Fraktur, Scheiß, meine ganzen Klamotten sind im Arsch. Kann mir einer bitte Stöcke bringen? Ja, ich komm zu dir. Ich werde euch nun eines meiner besten One-on-Ones zeigen, die ich jemals in Daisy erlebt habe. Und ich hoffe, euch wird es vor extremer Brutalität nicht schlecht. Und ihr müsst abschalten oder müsst morgen zum Psychologen oder sonst irgendwas. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei diesen nächsten Szenen. Und das wird auch der Schluss von meinem Video sein. Haut's da rein! Ich bin hinter der Mauer, ne? Los! LOL! Was? Warum schießt denn du gleich, du Penner? Kannst doch mal deinen Mund aufmachen vorher! Spasti, ey!